Sabbatsgesetz gab's in Ägypten. 2. Mose 5, Vers 5. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Offenbarung 15, Vers 1. Also damals, Pharao hat ein Gesetz gemacht und hat gesagt, ihr werdet nicht Schabbat, ihr werdet nicht den Sabbat halten. Und die Antwort Gottes damals war, 10 Plagen. So an der Ende der Zeit, es wird ein Gesetz kommen und das Gesetz wird heißen, wir, das ganze babylonische religiöse System, einigen uns auf den Sonntag und es wird nicht Schabbat. Ihr werdet nicht Schabbat. In den Großhäusern, in den großen Geschäften, wenn man da ein Geschäft hat, darf man den Sabbat nicht halten. Wenn du ein Geschäft in einer Mall hast, in den meisten Ländern der Welt, ist es gegen das Gesetz, um dieses Geschäft am Sabbat zu schließen. Darfst du es an einem Sonntag schließen, aber es ist gegen das ökonomische Gesetz, um es an einem Sabbat zu schließen. Man muss sich verpflichten. Also dieses Gesetz ist nicht nur ein, du sollst den Sonntag halten, das wäre ja schön, da könnten wir ja zwei Feiertage haben. Und ich hätte auch nichts dagegen. Können auch drei, vier haben, fünf, sechs, mir egal. Aber das Gesetz geht weiter. Damals, als Konstantin ein Gesetz gemacht hat, welches auch eine Typologie war, hieß es nicht nur, der Sonntag ist heilig, sondern es hieß auch, du sollst nicht Schabbat, du sollst nicht den Sabbat halten. Du darfst nicht den jüdischen, wie sie es damals genannt haben, Sabbat, obwohl der Sabbat natürlich nicht jüdisch ist, der kommt aus Eden. Also das Gesetz muss mehr sein, als nur Sonntagheiligung. Es muss auch gegen Sabbat sein. Und damals fielen die Plagen und so am Ende der Zeit sieben Plagen. Zur Zeit Mose gab es zehn. Warum zehn? Weil die ersten drei haben keinen Unterschied gemacht zwischen Gottes Volk und den Ägyptern. Und dann hat Gott gesagt, ich werde euch zeigen, dass da ein Unterschied ist. Und dann kamen nur sieben. Am Ende der Zeit nur sieben. Ein Unterschied zwischen Gottes Volk und den anderen. Und die letzten Plagen. Und Gottes Zorn ist vollendet. Und das bringt herbei das Ende der Welt. Aber nicht durch einen Meteoriten, auch nicht einen Astioriten, sondern es gibt ein ganz anderes Ende. Die Menschheit heute denkt auch, gibt es Tod und Vernichtung? Gibt es denn da überhaupt keine Hoffnung? Die Bibel sagt, es gibt viel Hoffnung. Titus 2, Vers 13. In Erwartung der seligen Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Das ist, was wir erwarten. Denn was sie auf Erden machen, ist eigentlich dann vorbei. Das Dekret, wer Unrecht ist, bleibt Unrecht. Wer gerecht ist, bleibt gerecht. Ist vom Herrn rausgegangen. Die Plagen sind gekommen. Und dann erwarten wir diese selige Hoffnung. Die Bibel spricht von vier Kommen Christi. Und die Juden damals haben diese vier Kommen Christi so durcheinander geschmissen, dass sie nicht Jesus Christus als Messias erkannt haben. Denn sie haben gewartet auf ein ganz anderes Kommen. Heutzutage in der Theologie der Welt, Dispensationslehre und alle diese Lehren, schmeißen sie die vier auch durcheinander. Nichts hat sich geändert. Man muss diese vier ganz sorgfältig auseinander züpfen, damit man weiß, wo man steht. Das Erste, was in der Bibel beschrieben wird, ist, Jesus kommt als Baby. Das ist das Erste Kommen. Da wird vorhergesagt, wo er geboren wird, wo er leben wird, was sein Werk sein wird. Das ist ein ganzer Vortrag über den Messias. Wird sogar in Daniel Kapitel 8 und 9 genau vorhergesagt, wann er kommen würde. Und das sind die Voraussagungen über sein erstes Kommen. Dann ist da eine zweite, ein zweites Kommen, das beschrieben wird in Daniel Kapitel 7, Vers 13. Als der des Menschen Sohn kam zu dem alten an Tagen. Also Jesus Christus wird mit den Wolken des Himmels gebracht zu den alten an Tagen. Das ist nicht mit dieser Erde, denn da findet ein Gericht statt im Himmel. Und es wird geredet über ein kleines Horn, welches sich wichtig tut hier auf Erden. Und das ist ein Kommen, das im Himmel stattfindet und hat nichts mit der Wiederkunft Christi zu tun. Das ist das Untersuchungsgericht. Dann ein zweites Kommen Christi in Herrlichkeit, in großer Herrlichkeit. Und dieses Kommen wird verwirrt mit dem vierten Kommen. Denn es kommt noch ein Kommen Christi. Am Ende wird er herkommen, um die Erde wieder herzustellen und um das Königreich aufzurichten. Also vier Kommen Christi in der Bibel, die ganz sorgfältig auseinandergeknüpft werden müssen. Und wir wollen uns heute Nachmittag beschäftigen mit diesem zweiten Kommen Christi, wenn er kommt, um die Seinen zu holen. Und im nächsten Vortrag werden wir den ganzen Ablauf der Geschichte bis zur endgültigen Wiederherstellung mal durchstudieren anhand der Bibel. Jesaja 7, Vers 14 Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe die Jungfrau hat empfangen und wird Mutter eines Sohnes, den sie Immanuel nennen wird. Ganz eindeutig, dies bezieht sich auf das erste Kommen Christi. Und die Erfüllung, Matthäus 1, Vers 23 Siehe die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Also nicht irgendeinen Sohn, sondern Gott mit uns. Immanuel, der große Gott, wird er sogar genannt in der Bibel. Also das bezieht sich auf das erste Kommen. Bei seinem ersten Kommen hat er den Preis für die Sünde bezahlt, aber er hat nicht die Sünde entfernt. Er hat nur den Preis bezahlt. Sünde, existiert sie heute noch, ja oder nein? Natürlich existiert sie noch. Also der Preis ist bezahlt, Zugang zum Himmel ist möglich gemacht durch ihn. Aber Sünde ist noch nicht zerstört, das kommt noch. Aber er wurde durchbohrt um unser Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, Vers 5 Es gibt Glaubensgemeinschaften, die Kalvinisten zum Beispiel, die glauben nicht an Prophetie. Und darum kann das auch nicht auf Jesus Christus sich beziehen, denn dann wäre das ja eine Prophetie. Also wie können sie das Neue Testament lesen, wo diese Dinge genau aufgezählt werden, dass sie auf Jesus hinweisen. Es ist tragisch, dass man so um den Brei herumreden muss. Lies die Bibel, wie sie steht. Haben wir heute Morgen gelesen. Und keiner braucht verloren gehen. Also wieso kommt Christus wieder? Was ist der Grund? Johannes 14, Vers 2 und 3 gibt die Antwort. Diesen Text müssen wir aus dem Kopf kennen. Das ist unsere Hoffnung. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das ihr seid, wo ich bin. Hier geht es um ein Wegnehmen. Wegnehmen. Er kommt also wieder, um die Seinen zu holen. Er hat es schon vorbereitet, den Platz. Und die wichtige Frage, wie wird er wiederkommen? Heute rennen sie alle zu einem Matreier, der erscheint hier und dort und was weiß ich. Und glauben, sie haben es mit einer Christusperson zu tun. Oder sie haben eine Erscheinung und reden mit ihm und verkündigen das als Evangelium. Das ist kein Evangelium. Das ist unbiblisch. Wir müssen also wissen, wie er wiederkommt. Dann können wir auch nicht in die Irre geführt werden. Erstens, die Bibel sagt, sein zweites Kommen wird universal sichtbar sein. Alle werden ihn sehen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Offenbarung 1, Vers 7. Benjamin Cream sagt, er erscheint auf dem Fernsehen und alle werden ihn am Fernsehen sehen. Natürlich nur die, die Fernsehen haben. Und die im Wald, die sehen ihn eben da nicht. Oder er erscheint hier im inneren Raum und da. Das ist nicht biblisch. Er kommt mit den Wolken. Also dieser Matreier ist ein Lügner. Und wir brauchen uns nicht kümmern um ihn. Dann sagt die Bibel, Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Matthäus 24, Vers 27. Also ein ganz riesengroßes Ereignis. Ich weiß nicht, ob ihr die Left Behind Serie verfolgt habt, die so eine riesen Auswirkung in der westlichen Welt hatte. Und Leute glauben ja, dass es eine geheime Entrückung gibt und dass plötzlich eines Tages alle verschwunden sind. Und dann ist die Wiederkunft etwas, was vorbei ist. Und dann wundert man sich, warum das Flugzeug abstürzt, weil der Pilot entrückt worden ist. Ja, das glauben die Menschen. Aber es ist nicht biblisch. Es nimmt nur eins oder zwei Bibelfersen, um zu sehen, dass das nicht so sein kann. Dann sagt die Bibel, er kommt mit den Wolken. Ja, was heißt denn das? Psalm 104, Vers 3. Wasser, Wolken zu seinem Wagen macht und auf den Fittigen des Windes einherfährt. Also Wasser, Wolken zu seinen Wagen macht. Er kommt mit den Wolken. Da haben wir den Text. Der Wagen Gottes sind tausend mal tausend und abertausend. Jetzt im Englischen, in der King James wird erklärt, was das ist. Da steht nämlich in der King James, sind tausend mal tausend und abertausend von Engeln. Der Herr kam von Sinai ins Heiligtum. Also diese tausend mal tausend sind die Engel. So die Wagen, der Wagen Gottes sind Engel und hebräischer Parallelismus zeigt uns, er kommt mit den Engeln. Also das muss schon eine Schau sein. Er kommt mit den Wolken, heißt also, er kommt mit all seinen Engeln. Und werdet es Menschen sehen, kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit seinen Engeln, mit anderen Worten, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Matthäus 24, 30. Aus der Bibel kann man alle diese parallelen Texte herausholen. 2. Thessaloniker. Wenn nun der Herr Jesus wird offenbart werden vom Himmel, samt den Engeln seiner Kraft. Alle seine Engel, alle die er selber geschaffen hat, Engel sind auch geschaffene Wesen nach der Bibel. Und in Matthäus haben wir eine weitere Aussage. Wenn aber das Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm. Da bleibt nicht einer im Himmel zurück. Dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit. Also wir können ein Schauspiel erwarten. Jesus Christus kommt mit all den Engeln. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch des Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in seiner und des Vaters und der heiligen Engel Herrlichkeit. Also die ganze Gottheit kommt mit Jesus Christus wieder. Die ganze Gottheit in aller Pracht und Herrlichkeit kommt zu dieser Erde, um die Seinen zu holen. Das ist ein großartiges Ereignis. Offenbarung 5, 11. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Eine unbeschreibliche große Zahl. Milliarden Engel werden kommen. Von Star Wars ist dann schon mal keine Rede mehr. Und Independence Day und wie die Filme auch alle heißen, wo sie diese aus dem Raum kommenden aus der Luft rausblasen, das können sie auch vergessen. Das ist Gott selber, der in seiner vollen Vollmacht mit allen seinen Engeln kommt. Und ist das ein Geist, ein Spuk, der kommt? Nein. Apostelgesichter 1, 11. Ihr Männer von Galiläa, was seht ihr hier und seht gern im Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist. Dieser, dieser Einzige, der gesagt hat, hier, tu mal deine Hand hier und fühl mal. Und hier auf meine Seite, komm, fühl mal. Dieser Jesus, der wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gern Himmelfahren sehen. Noch ein Ereignis. Das zweite Kommen wird hörbar sein. Und ich glaube, die, die taub sind, werden es auch hören. Denn die Ohren werden geöffnet werden. Denn sogar die, die tot sind, werden ihn hören. Von wegen dann, die noch leben. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht, und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt. Das ist die Stimme des Erzengels, des Botschafters, Jesus Christus selber, Person des Gottes erschallt. Vom Himmel her niederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Es gibt also eine erste Auferstehung und eine zweite Auferstehung. Das müssen wir auch verstehen. 1. Thessaloniker 4, 16 Und wenn es kommt zu diesem Thema, müssen wir die Bibel und die Bibel alleine reden lassen. Denn das ist das einzigste Fundament, das einzigste Argument, was wir haben. Matthäus 24, 31 sagt das Gleiche. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also auf der ganzen Welt wird es Volk Gottes geben und die Engel werden sie sammeln. Also irgendwann geht es auf eine Raumfahrt mit den Engeln. Ich sehne mich auf diese Raumfahrt. Ich brauche keinen Challenger, der vielleicht explodiert. Oder einen Raumanzug, der vielleicht leckt. Das hier wird viel besser sein. Und natürlich das wichtigste Kriterium von allem ist, er wird nicht die Erde berühren. 1 Thessaloniker 4, 16 und 17 Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, es gibt also Lebende, und die in Christus gestorben sind, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und also werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Ja, da haben wir auch ein Problem mit, wenn die Toten Geister sind und im Himmel sind, dann ist da hier ein Problem. Entweder es gibt eine Auferstehung oder es gibt keine Auferstehung. Es wird nicht geredet von toten Menschen, die zurückkommen, also die Toten schlafen. Und sie werden auferweckt hier. Und zusammen mit den Lebendigen in Christus werden sie aufgenommen und gehen dem Herrn entgegen in der Luft. Er berührt nicht die Erde. Es gibt Texte in der Bibel, wo der Herr wohl auf die Erde kommt, aber nicht bei seinem zweiten Kommen. Matthäus warnt also ganz eindeutig, wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe er ist in der Wüste, naja, wer wartet auf Christus in der Wüste? Die Mormonen. Die Mormonen haben einen Tempel, sie haben einen goldenen Stuhl, der für den Messias ist, da soll er sitzen, wann er kommt, in der Wüste. Und dann soll das Königreich da anfangen. Aber die Bibel sagt, wenn ihr hört, dass der Mormonenstuhl voll ist, dann bleibt weg da. So geht nicht hinaus, seht ihr, er ist in der Kammer. Also wenn ihr hört, Benjamin Krim hat gerade gesagt, hier ist er, braucht nicht hingehen. So glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Der Herr hat doch alles gemacht, dass wir nicht verführt werden müssen. Wieso ist die Menschheit so verführt? Weil sie die Bibel nicht liest. Und warum liest sie sie nicht? Weil sie unglaubwürdig gemacht wird. Also welche Ereignisse werden bei der Wiederkunft stattfinden? Wir müssen genau den Ablauf kennen. Und den müssen wir uns wieder und wieder und wieder einprägen. Und unseren Kindern muss es eingeprägt werden. Ihr müsst wissen, damit wenn ihr hört, ah, da ist er hier, nein, 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 das ist er nicht. Ja, ist er nicht. Stör mich gar nicht dran. Müsst ihr sagen können. Also welche Ereignisse vor der Wiederkunft? Es gibt eine Auferstehung der Gerechten. Also die Gerechten schlafen jetzt in Christus. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Person Gottes der Schalt vom Himmel herniederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Zwei Auferstehungen, die in Christus zuerst. Erster Thessaloniker 14, 16. Die übrigen der Toten aber lebten nicht, bis die tausend Jahre vollendet waren. Also zwischen der ersten Auferstehung und der zweiten Auferstehung tausend Jahre. Offenbarung 20, 5 und 6. Dies ist die erste Auferstehung. Das ist ein Chiasma, bezieht sich verkehrt rum auf den anderen Satz, kompliziert das Buch, damit man nicht den Höhepunkt der Geschichte und den geschichtlichen und eskatalogischen Ablauf verwirrt, ist es so geschrieben. Selig und heilig ist, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Bei der wollen wir sein, nicht bei der zweiten. Die lebenden Gerechten werden verwandelt. Da muss alles, was klappert, muss weg. Alles, was gut ist, muss wieder rein. Die Blomben fliegen aus den Zähnen raus. Das wird eine ganz tolle Sache werden. Plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Sie können nicht mehr sterben, sie haben das ewige Leben und wir werden verwandelt werden. Die Lebendigen, die noch leben in Christus, werden verwandelt, kriegen einen unsterblichen Körper, denn dieses Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit und dieses Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. 1 Korinther 15, 52, 53. Überlegt euch mal, wie deutlich diese Texte sind und nur eine einzige Glaubensgemeinschaft lehrt diese Wahrheit weltweit. Nur eine. Ab und zu erscheint eine und dann verschwinden sie wieder. Dann wieder eine und dann verschwinden sie wieder. Es gibt nur eine. Nur die Sieben-Tags-Adventisten lehren diese Lehre. Und das ist die einzigst biblische Lehre. Keine der anderen Lehren kann man biblisch belegen. Nicht eine. Wir werden ja sehen, so wie wir weitergehen. Und es ist so eindeutig. Ja, hier ist noch ein englischer Text drin. Er wird unseren Leib ändern, dass er wie sein glorreicher Körper ist. Wow! Wir kriegen also einen Körper, der dem Körper Jesu Christi gleich ist. Das ist ja ein Wunder. Wir kriegen einen Körper, wie Gott selber ihn haben wird. Philippa 3, Vers 20 und 21. Jesus Christus tut wirklich alles für sein Volk. Matthäus 13, 49, 15. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende der Weltzeit. So gleichzeitig, wenn diese Ernte stattfindet von dem Volk Gottes, findet eine andere Ernte statt und die Ungerechten werden von den Gerechten getrennt. Was passiert dann mit den Gottlosen? Was lehren die Glaubensgemeinschaften da draußen? Es wird gelehrt, es gibt eine zweite Chance. Second Chance Doctrine. Wenn Christus kommt und sein Königreit aufbaut, dann haben alle die Gelegenheit, um sich zu bekehren. Es gibt tausendjährige Ruhe auf Erden und damit ist das Problem gelöst. Sie können also weiterleben, wie sie leben. Es ist interessant, dass in Jerusalem rund um der Altstadt Mauer liegen ja all die Gräber von den Moslems, die den Iman Mahdi erwarten, beim goldenen Tor. Und wenn er kommt, dann sollen die Gräber aufgehen und sie werden die Ersten sein, die mit reingehen und die da eben gerade beim Tor liegen, die haben es gerade gut gehabt. Die sind zuerst drin und das Königreich findet hier auf Erden sein Heil. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, da passiert etwas ganz anderes. Und die Könige der Erde und die Großen und die Heerführer und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge. Das hört sich schon ganz anders an. Und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Offenbarung 6, 15 bis 17. Also eine ganz andere Geschichte. Anstatt Jubel und Freude bei der großen Zahl von den Großen und Mächtigen und Regierenden und was weiß ich, ist es eine ganz andere Geschichte. Matthäus 24, 30 Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle der Geschlechter der Erden jubeln. Nein, steht nicht da. Steht sich an die Brust schlagen und werden des Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Sie werden Angst haben. Sie werden Angst haben. Judas 14, 15 Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden um Gericht zu halten. Nicht Königreich aufzubauen in Herrlichkeit und jeder kriegt noch eine Chance. Nein, Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen zu strafen wegen aller ihrer gottlosen Taten womit sie die Vergangenen und wegen aller harten Worte welche die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Das kommt. Wir lachen jetzt so schön am Fernseher wenn da gelästert wird über Jesus Christus. Es kommt eine Vergeltung. Diese Worte sind aufgeschrieben. Und es tut uns gut wenn wir daran denken dass die Worte die wir gebrauchen sind auch aufgeschrieben. Wir müssen auch gerade stehen für diese Worte. Sephania Sephania wie sagt man in Deutsch Sephania? Ja Nah ist der große Tag des Herrn Nah ist er und eilend kommt er herbei die Stimme des Tages des Herrn bitter schreit auf auch der Held. Ja der Held ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag ein Tag der Angst und der Bedrängnis ein Tag des Ruins und Zerstörung ein Tag der Finsternis und des Dunkels ein bewölkter und finsterer Tag. Wenn man nicht Jesus Christus hat dann ist das ein schlimmer Tag. Wenn man Jesus Christus hat es ist ein herrlicher Tag. 2 Thessalonica 2,8 und dann wird der Gesetzlose der der sich unterstellt Gesetz zu ändern geoffenbart werden welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten will. Also von wegen zweite Chance Evangelium hier kommt eine Vernichtung Jeremia sagt und es werden an jenen Tage die Erschlagenen des Herrn da liegen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Sie werden nicht beklagt nicht gesammelt und nicht begraben werden. Warum nicht? Weil da keiner ist sie zu begraben. Diejenigen die sie hätten begraben können sind weg mit den Engeln und wo sind sie? Dem Herrn entgegen in der Luft. Da bleibt niemand übrig. Zu Dünger auf dem Lande sollen sie werden. Hier werden sie faulen. Die ganze Erde wird vernichtet wenn Jesus kommt. Hier kommt kein und keine zweite Chance. Er redet weiter der Prophet Stefania ich will alles vom Erdbogen wegraffen spricht er alles soll verschwinden. Ich will wegraffen Menschen und Vieh. Es bleibt kein Tier lebendig auf dieser Erde. Das hört sich vielleicht schrecklich an das hört sich vielleicht grausam an aber wenn man aus Gottes Augen sieht wie die Tiere über viele viele tausend Jahre über die letzten tausend Jahre immer schwächer und schwächer und schwächer geworden sind wie die Krankheiten zugenommen haben wie die Umstände sich geändert haben dann ist das ein Segen. Er endet diesen ganzen Planeten. Morgen haben wir einen Vortrag über wie die Tiere sich geändert haben wie sie vielleicht vorher aussahen und der sollte recht interessant werden also nicht den morgen früh verpassen ist ein neuer Vortrag das war für mich interessant den auszuarbeiten ich will wegraffen Menschen und Vieh Vögel des Himmels Fische im Meer und die Ärgernisse mitsamt den Gottlosen und wenn den Menschen von Erdboden vertilgen spricht der Herr es bleibt nichts übrig wenn der Herr kommt nichts bleibt übrig dieser ganze Planet ist vernichtet nur Satan und seine Dämonen dürfen hier bleiben Psalm 110 Vers 5 und 6 der Herr zu deiner Rechten hat Könige zerschmettert am Tag seines Zorns er wird richten unter den Nationen er wird viele Leichname geben er zerschmettert das Haupt über ein großes Land oder eine große Stadt sagt einige Übersetzungen Babylon vernichtet ein Ende am irdischen System wie wichtig ist es dass wir die Menschen warnen dass wenn Christus kommt gibt es keine zweite Chance jetzt wählen oder Jeremia erklärt genau wie es aussieht er sagt ich blickte zur Erde und was sah ich siehe sie war wüst und leer und zum Himmel aber er war ohne Licht die Bibel sagt der Himmel wird aufgerollt wie eine Buchrolle ich sah die Berge an und siehe sie erbebten und alle Hügel schwankten ich schaute hin und siehe da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden die Propheten die stimmen alle überein ich schaute und siehe das Fruchtgefilde war zur Wüste geworden nicht erst eine Pflanze bleibt übrig und alle seine Städte zerstört vor dem Herrn vor der Glut seines Zorns also wie viele Städte bleiben übrig wo wollt ihr denn wohnen in Nürnberg wenn der Herr hier war weg weg eure Häuser weg eines Tages gehen die Häuser weg denn also spricht der Herr das ganze Land soll verwüstet werden doch den Graus will ich ihm nicht machen darum wird die Erde trauern und der Himmel droben sich im Dunkel kleiden weil ich gesonnen bin zu tun was ich gesagt habe es kommt und weil ich es mich nicht geräuen lasse und ich nicht davon abgehen will Gott wird ein Ende an dieser sündigen Welt machen und wir sind entweder mit ihn in den Wolken oder wir sind tot das ist die einzigste Wahl Matthäus sagt denn wie sie in den Tagen vor der Sündflut aßen und tranken ist das nicht interessant das ist das erste Ding was sind die Zeichen seiner Wiederkunft so wie in den Tagen Noas sie aßen und tranken ist essen und trinken heute nicht alles ist doch ein Götzendienst geworden essen und trinken sie freiten und sie sich freien ließen machen wir Fernsehen an meine Güte ist das ein freien hin und her bis zu dem Tage da Noah in die Eiche ging genauso wird es heute sein heute heiratet man indem man mit Fallschirm von oben runterspringt unterm Wasser was weiß ich was da überall gemacht wird und drei Wochen später holt man sich einen anderen hat man schon lange Weile und nichts merkten bis die Sündflut kam und sie alle dahin raffte so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein dann werden zwei auf dem Felde sein den Text werden wir nachher studieren das ist ein interessanter Text der soll die geheime Entrückung enthalten ich sehe keine geheime Entrückung nur eine Erklärung zwei auf dem Felde einer wird genommen wenn er in Christus ist der andere wird zurückgelassen wenn er nicht in Christus ist der eine stirbt der andere lebt zwei werden auf der Mühle mahlen einer wird genommen der andere wird zurückgelassen die Wahl ist unsere wo wollen wir sein so wachet nun dass ihr nicht wisst zu welcher Stunde euer Herr kommt also diese geheime Entrückung die so bekannt gegeben wird die ganze Dispensationslehre beruht sich auf die geheime Entrückung und wie gesagt es gibt Filme darüber es gibt Bücher darüber es gibt ganze Serien darüber und gewaltige Aufregung aber eine geheime Entrückung davon weiß die Bibel nicht sie weiß nur von einer großen Entrückung wenn Jesus kommt nimmt er die Seinen und dann nimmt sie weg das ist eine Entrückung also die Dispensationslehre behauptet der Antichrist wird nach der geheimen Entrückung erscheinen aber die Bibel lehrt dass er in der Kirche entsteht Kinder es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt dass der Antichrist kommt so sind nun viele Antichristen geworden daran erkennen wir dass es die letzte Stunde ist also die Bibel sagt der Antichrist kommt in der Kirche Dispensationslehre nein Antichrist kommt in der Zukunft das ist so nebenbei gesagt katholische Lehre vom Futurismus der heute akzeptiert wird in der Welt oder sie lehren den Präterismus dass er ein griechischer König ist und dann müssen sie die Bibel ändern in Daniel Kapitel 8 die neuen Übersetzungen ändern den Text dass dieses Horn aus Griechenland kommt und nicht ein römisches Horn ist sie haben es aber vergessen zu ändern in Kapitel 7 kann man es also noch sehen sie sind von uns ausgegangen aber sie waren nicht von uns sie sind von dem Christentum ausgegangen Dispensationslehre sagt nein sie kommen vom Heidentum wahrscheinlich Islam also biblisch ist die Dispensationslehre nicht und der der ganze Jerusalem Kultus ist aufgebaut auf einer Fehllehre 1. Johannes 2 18 und 19 also es gibt nur eine Gelegenheit zur Entscheidung und die Dispensationslehre sagt dass die ganze Welt wird sich noch einmal bekehren wenn in dieser Zeit des Trübsals nachdem die Kirche entrückt ist und so gewiss den Menschen bestimmt ist einmal zu sterben danach aber das Gericht Hebräer 9 27 keine zweite Wahl der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und kehre um zum Herrn so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott denn er vergibt viel Jesaja 55 Vers 7 zwar schon immer so so ist es heute entscheidet euch entweder wir sind mit Gott oder wir sind nicht mit ihm es gibt nicht eine zweite Gelegenheit dann noch ein Problem bei der Wiederkunft werden die Gerechten von den Ungerechten getrennt sagt die Bibel die geheime Entrückung enttrennt die lange vorher vor dem da eine Gerechtigkeit kommt das ist nicht biblisch 2. Thessaloniker 1 6 und 7 wie es denn gerecht ist vor Gott denen die euch bedrücken mit Bedrückungen zu vergelten euch aber die ihr bedrückt werdet mit der Quickung samt uns bei der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus vom Himmel her samt den Engel seiner Kraft also wenn Jesus kommt werden die Unterdrücker geschieden von den anderen und von wegen erst längere Zeit danach und die haben noch eine Chance um sich das neu zu überlegen es ist nicht biblisch dann bei der Wiederkunft werden die Gerechten von den Ungerechten getrennt können wir auch in Matthäus 13 Vers 30 sehen lasst beides miteinander wachsen bis wann bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen lese zuerst das Unkraut zusammen also genau das Umgekehrte von was die Dispensationslehre lehrt sondern hier Ernte will ich den Schnittern sagen lese zuerst das Unkraut zusammen bindet es in Bündel dass man es verbrenne den Weizen aber sammle in meine Scheune sie gehen dem Himmel dem Herrn entgegen die anderen werden vernichtet das ist genau das Gegenteil als was die lernen Gottes Volk muss durch das große Trübsal gehen und wird nicht vorher entrückt Dispensationslehre sagt vor dem das Trübsal kommt ist das Volk Gottes weg also macht ihr keinen Kummer was sagt denn die Typologie Ägypten als die Plagen fielen war das Volk Gottes nicht da oder war es da natürlich war es da das ist die Typologie wir können doch nicht die Typologie vergewaltigen durch jetzt plötzlich das Volk am Ende weg zu haben und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir wer sind diese die mit weißen Kleidern angetan und woher sind sie gekommen das ist ein Engel der spricht und ich sprach zu ihm mein Herr du weißt es und er sprach zu mir das sind die welche aus der großen Trübsal kommen sie waren also da drin und sie haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blute des Lammes also wir brauchen diese Lügen nicht akzeptieren die ganze Schofield Bibel ist aufgebaut auf dieser Lehre der Dispensation die ganze Baptistenlehre ist aufgebaut auf dieser Dispensationslehre und ein einfaches Bibelstudium wird zeigen dass es nicht biblisch ist aber die Menschen glauben es zu jener Zeit wird man sagen seht das ist unser Gott auf den wir gehofft haben dass er uns Heil verschaffe das ist der Herr auf den wir warteten nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seinem Heil Jesaja 25 Vers 9 zwei Gruppen am Ende die eine schreit verbirg mich vor diesem der da sitzt auf seinem Ross die andere sagen das ist unser Gott auf den wir gewartet haben zwei Gruppen gleichzeitig keine geheime Entrückung ein sonderliches Kommen Jesu und dann sagt die Bibel uns auch was die Zeichen seiner Wiederkunft sind und ihr könnt sie lesen in Matthäus 24 Markus 13 Lukas 21 es werden Kriegende und Bedrängnis der Nationen sein die gab es schon immer wird gesagt es werden Erdbeben geben es ist interessant dass die gleichen Instrumente mehr und mehr und mehr Erdbeben registrieren Erdbeben werden also mehr wie in den Tagen Noas ich weiß nicht genau wie es da ist nur Jesus hat es beschrieben und so ist es heute Essen und Trinken und Verhältnisse wechseln wie Hemden das scheint so gewesen zu sein damals und ist heute so ein weltweites Evangelium sagt die Bibel ein Trübsal falsche Christusse Zeichen an Sonne Mond und Sterne Matthäus 24 22 Jesus aber sprach zu ihnen seht seht ihr nicht dies alles wahrlich ich sage euch hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben der nicht zerbrochen wird er redet über das damalige Jerusalem als aber auf dem ölberg saß trassen die Jünger zu ihm besonders und sprachen sage uns wann wird das alles geschehen und welches wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt Zeit sein was war das Erste was Jesus sagt seht dass keiner euch verführt Verführung ist das größte Zeichen der Endzeit das damalige Versprechen dass es so kommen wurde ist genauso geschehen es brach ein Feuer aus das Gold ist zerschmolzen zwischen die Steine gerollt die Soldaten haben einen Stein vom anderen runter gerollt um das geschmolzene Gold rauszuholen das zwischen die Steine hinein ging und es wurde alles weggetragen hier ist der Titus Bogen und die Menorah wird weggetragen nah ist der große Tag des Herrn nah ist er und eilend kommt er herbei die Stimme des Tages des Herrn bitter schreit auf auch der Held ein Tag des Zorns ist dieser Tag ein Tag der Angst der Bedrängnis ist nicht ein guter Tag für die Gottlosen Lukas sagt Zeichen an Sonne Mond und Sternen das haben wir ja studiert kurz vorher wird es kommen Matthäus sagt dann wird ein Volk sich wieder das andere erheben das Englische sagt Nation against Nation das ursprüngliche Griechische sagt Ethnos gegen Ethnos das ist interessant ethnische Gruppe gegen ethnische Gruppe das heißt also nicht unbedingt Deutschland gegen Frankreich oder Amerika gegen Irak Ethnos gegen Ethnos ethnische Gruppe gegen ethnische Gruppe da geht es um Hutus gegen Tutsis da geht es um Kosas gegen Sulus da geht es um Weiß gegen Schwarz und diese Rassen Verhältnisse werden aufgepeitscht zu einem Hass den man nicht verstehen kann und nur in Christus haben wir Schutz vor diesem Hass Königreich wieder das andere da geht es um Völker die streiten aber das erste ist Streit in einem Land also hier in einem Land kann man ethnischen Streit erwarten und wir sehen ja mehr und mehr wie es passiert und es werden hin und wieder Hungersnöte Pest und Erdbeben gehen was wir jetzt sehen sind so die ersten Wehen die Krankheiten die kommen Edgar Hoover hat schon gesagt obwohl das nicht gerade eine Persönlichkeit wert war 33 Grad Freimaur aber immerhin lese bete und weine und denke über die geistliche Armut Amerikas und dann natürlich ekumenisch euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen alle die Reichen die alles genommen haben und eine ganze Mittelschicht vernichtet haben Jakobus siehe der Lohn der Arbeiter die euch die Felder abmäht haben der aber von euch zurück behalten worden ist schreit und das Rufen der Schnitter ist zu den Ohren des Herrn der Herrschern gekommen wie viele Menschen werden nicht ausgebeutet um alle diese Dinge zu tun Jobs in an age of insecurity Menschen sind arbeitslos und dann falsche Christusse werden kommen Matthäus 24 24 ja da ist der Mataea wie er erschienen ist in 1988 und von CNN fotografiert worden ist angeblich dann in der Luft verschwunden nachdem er viele geheilt hat und das ist schon mal nicht biblisch share international sagt alle Glaubensgemeinschaften die Christen die Buddhisten die Moslems alle warten sie auf einen auf diesen einen und dieser Mataea soll alles erfüllen Timotheus erzählt was der Zustand der Geisteszustand ist der ist ja schrecklich in den letzten Tagen schwere Zeiten werden eintreten selbstsüchtig werden sie sein geldgierig prahlerisch hochmütig lästerlich eltern ungehorsam alle diese Dinge sehen wir das heute ja oder nein mehr als je zuvor treulos leichtsinnig aufgeblasen vergnügen mehr lieben als Gott wow es ist unsere Zeit und sie werden einander betrügen universaler Frieden und hinter dem Rücken die Pistole ja und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen das kommt wenn der Staat erst anfängt mit seinem Druck dann kommt das verraten haben wir schon mal gesehen wie war es in den kommunistischen Ländern oder wie war es früher unter den Nazis hat man nicht verraten der da der da der tut das der hat dies das jenes so wird es kommen sie werden verraten aber es macht nichts und die Polizei wird sie helfen mir hat sie nicht geholfen stand ringsrum mit den großen Gewehren nicht einen Finger gehoben sie wird nicht helfen Cops out of control hier in Japan Menschen werden vernichtet auf den Zügen und die Erde wird wie ein Kleid veraltern wir sehen es ja was in der Ekologie am Gange ist vor uns die Sintflut the sea tears of Neptune wie die Tiere sterben stormy forecast immer schlimmer und schlimmer die Stürmer werden immer stärker und stärker früher gab es diese Riesenstürme einmal alle vier fünf Jahre heutzutage vier fünf zehn mal in einem Jahr es hat sich unheimlich vermehrt ganze Küsten werden weggerissen und dann die Ironie Jesus liebt dich hier ist ein Schiff im Land oh wie seufzt das Vieh wie sind die Rinderherden verstört weil es keine Weide haben auch die Schafherden gehen zugrunde in Afrika haben wir jetzt die größte Trockenheit in Menschengeschichte die Tiere sterben wie die Fliegen zu dir oh Herr will ich rufen denn das Feuer hat die Augen der Wüsten verzerrt und die Flamme hat alle Bäume versenkt Joel 1 Vers 1890 das war die große australische Trockenheit da sind die Tiere nachher nachher lagen sie alle verdirrt rum gestorben und dann die riesen Feuer wegen der Trockenheit und die reichen Häuser wurden alle vernichtet bad blood AIDS naja so geht's let no one deceive himself we are drifting we are drifting towards a catastrophe Walter Lippmann wir treiben einer Katastrophe entgegen dann ein paar interessante Zeichen die die Bibel aufnimmt Zunahme in Wissen Daniel 12 4 dämonische Aktivität Offenbarung 16 13 und 14 die Kirchen werden unterwandert mit Dämonologie das haben wir gesehen die Church of England hat gefragt für Seances in den Gemeinden so was Abwendung von Glauben werden wir sehen Wirtschaftsprobleme haben wir gesehen falsche Lehren Zunahme an Verkehr habt ihr das gewusst steht auch in der Bibel und Ungehorsam und Anarchie und so sehen wir es du aber Daniel verbirg diese Worte und versiegle das Buch bis auf die Zeit des Endes dann werden viele darin forschen und das Verständnis wird zunehmen es geht nicht nur um technologisches Wissen es geht um Bibelverständnis es wird Menschen geben die die Bibel wieder verstehen und andere aufklären können es wird Technologie auch geben und die wird dazu beitragen dass die ganze Welt unter ein Dach kommt und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten diese drei unreinen Geister die die Menschen verführen und die zu den Königen der Welt gehen Zeichen und Wunder tun und das sehen wir in den Kirchen und in den Gemeinden heute und dann die Wagen rasen wie toll durch die Straßen und überholen einander auf den Plätzen sie sind angesehen wie Fackeln fahren daher wie Blitze Nahum 2 Vers 4 hat wahrscheinlich diesen hier gesehen denkt ihr oder hat er vielleicht so was gesehen ja ich denke das hat er eher gesehen Jakobus so geduldet euch nun ihr Bruder bis zur Wiederkunft des Herrn siehe der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen bis sie den Früh und Spätregen empfangen hat geduldet euch auch ihr euch stärket eure Herzen denn die Wiederkunft des Herrn ist nah und ich glaube die Wiederkunft des Herrn ist nah ich glaube die Zeichen sind mehr geworden ich habe immer gedacht das kann nicht lange dauern aber es erfüllen sich mehr und mehr und mehr Zeichen es kann schlimmer werden als was wir je dachten Lukas 21 28 wenn aber dieses zu geschehen anfängt so richtet euch auf und erhebet eure Häupter weil eure Erlösung naht ich glaube wirklich der Herr kommt sehr bald und dann können wir sagen ich habe den guten Kampf gekämpft den Lauf vollendet den Glauben bewahrt hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit welche mir der Herr der gerechte Richter an jenem Tag zu erkennen wird nicht aber mir allein sondern auch allen die seine Erscheinung lieb gewonnen haben haben ja wenn die biblische Lehre hier die Wahrheit ist dann kann die Lehre dass wir wenn wir sterben in den Himmel hochgehen nicht wahr sein denn sonst wäre das nicht die Wahrheit alle gerechten zusammen werden den Herrn gleichzeitig sehen zu Daniel wurde gesagt du Daniel schlafe und am jüngsten Tag wirst du auferstehen und wirst deine Belohnung bekommen alle die im Herrn sind schlafen und eines Tages sehen sie ihn gleichzeitig sehe ich komme wie ein Dieb selig ist wer wacht und seine Kleider bewahrt damit er nicht bloß einher gehe und man nicht seine Schande sehe wir brauchen die Gerechtigkeit Christi und viele werden nicht wissen dass er bald kommt ist auch kein Wunder mit all diesen Irrlehren von was alles erwartet wird wer ist denn dieses Dieb in der Nacht 1 Thessalonika 5 2 bis 4 denn ihr wisset ja genau dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht wenn sie sagen werden Friede und Sicherheit dann wird das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau aber jetzt passt mal auf ihr ihr Brüder seid nicht in der Finsternis dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte warum nicht weil ihr die Bibel kennen soll und wenn ihr die Bibel kennt dann kann das nicht passieren also wer wird überfallen wie ein Dieb in der Nacht die die falschen Lehren haben wie können sie wissen was passiert wenn sie lieber die Fußnoten der Schofield Bibel lesen als dass sie die Schofield Bibel lesen nicht dass das die beste Bibel ist aber sie kann es hat es wenigstens noch drin man kann es noch studieren sogar in der Schofield Bibel aber nein sie leben lieber die Fußnoten und hören sich einen Robert Schula an der ihnen allerhand Geschichten ins Ohr bläst und dann plötzlich hat man die in der Nacht Erscheinung denn der Vater richtet auch niemand sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben Johannes 5 22 es ist Jesus der komm aber das Gericht wird sich setzen ihm die Gewalt wegnehmen sie endgültig vertilgen und vernichten es kommt ein Ende an dieses irdische System sehe ich komme bald und mein Lohn das ewige Leben ist mit mir und ein jeglicher zu vergelten wie sein Werk sein wird also wir sehen die Zeichen Daniel sagt uns es wird eine Zeit sein wie es noch keine war violence 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 das sind nur Überschriften in den jetzigen Zeitungen können sie ja überall sehen es wird eine Zeit geben wie es noch nie gab aber dein Volk wird gerettet werden Daniel 12 Vers 1 und dann diese fantastischen Versprechen und die müssen wir uns aneignen wir müssen sie lernen lehret sie eure Kinder immer Mut einreden Psalm 91 ob tausend fallen zu deiner Seite zehntausend zu deiner Rechten dir naht sie nicht viele sind ängstlich wir müssen die ängstlichen ermutigen aber was mache ich mit meinen Kindern wo kriege ich mein essen her Brot und Wasser sei dir gewiss nur mit deinen Augen wirst du zusehen und schauen wie den Gottlosen vergolten wird nur mit den Augen denn du sprichst der Herr ist meine Zuflucht den höchsten hast du zu deiner Schutzwehr gemacht er wird uns beschützen es wird dir kein Unglück Zuschuss stoßen keine Plage zu deinem Zelten nahe kommen Psalm 91 10 diese Versprechen müssen wir kennen da brauchen wir keine Angst haben in Christus sind wir geborgen Harmageddon was ist das was ist Harmageddon Offenbarung 16 16 und er versammelte sie an den Ort der auf Hebräisch Harmageddon heißt Berg zu Megiddo ist interessant wenn man oben auf Megiddo steht und man schaut da sieht man nur einen Berg und das ist Karmel Karmel und da wurde eine Entscheidung getroffen entweder ihr betet Baal an oder den Herrn wählt ihr heute wenn ihr dienen wollt was ist dieser Berg der Vergeltung das griechische Wort Platz denn es ist ein Ort a place ist Topos und Topos hat eine buchstäbliche Bedeutung a literal meaning und eine metaphorische Deutung und im letzten Sinne ist es ein Geisteszustand also ein Platz Harmageddon ein Geisteszustand also Satan wird einen Geisteszustand in den Verstand in den Verstand der Menschen herbeiführen welche sie dazu zwingen wird um den Tod den derjenigen zu suchen die ihm nicht gehorchen ist es möglich dass Satan ein Geisteszustand herbeibringt wo Menschen sagen das ist vom Bösen die die sagen die Bibel hat Recht und Jesus Christus alleine sind gegen den Wohlstand der Welt und weg mit ihnen ein Krieg gegen Gottes Volk und Gottes Volk sagt wir beugen uns nicht vor diesem Götzen und diesem Götzentag den ihr einführen wollt wir stehen beim Herrn eine Karmel Entscheidung und dann Joel nennt es das Tal Josaphat wo gegen Zacharia die Nationen um Jerusalem sammelt also in der Dispensationslehre ist das ja ein wirklicher Krieg der da stattfindet in Israel aber in der Bibel hat er viele Deutungen er ist Harmageddon er ist ein Tal Josaphat er ist die Nationen um Jerusalem hier sind die Texte Joel 3 2 da werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen da hat Gott nämlich die Gegner vernichtet vom Himmel da werde ich alle Nationen bei Jerusalem zum Kriege versammeln Zacharia 14 2 Jerusalem steht hier für das Volk Gottes also es geht um einen Kampf zwischen Gott und Satan und Satan greift Gottes Volk an und indem er Gottes Volk angreift greift er Gott an die Typologie genau das gleiche Pharao hat gesagt ihr werdet nicht Schabbat weg mit euch Gott hat sie vernichtet und der 6. goss seine Schale aus auf dem großen Strom Ephrat das ist der Fluss der Babylon füttert Wasser sind Nationen und Völker und Sprachen also alle die Babylon unterstützen und sein Wasser vertrocknete damit den Königen vom Anfang der Sonne der Weg bereitet würde Offenbarung 16 12 also die Könige aus dem Osten früher haben sie ja gelehrt sind die Türken oder die Russen oder was auch immer nein weil hier ist das Tal wenn man es so betrachtet da oben hat Ahab seine Festung gehabt da hat er seine Pferde gefüttert da hat er sein Wasser gehabt in der Zisterne und Jesaja sagt uns genau wer diese Könige sind die aus dem Osten kommen lasst sie herzutreten und nun reden lasst uns miteinander rechten wer hat den Gerechten vom Aufgange from the East vom Aufgang der Sonne vom Osten erweckt wer rief ihn dass er ging wer gab den Heiden und Könige vor ihm dahin dass er ihrer mächtig ward und gab sie seinem Schwert wie Staub und einem Bogen wie zerstreute Stoppeln Gott immer mit dem Bogen aufgezeichnet noch ein Text Jesaja 43 Ezekiel tut mir leid er führte mich zum Tor zu dem Tor welches nach Osten liegt und siehe da kam die Herrlichkeit des Gottes Israel vom Osten her und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser und die Erde war von seiner Herrlichkeit erleuchtet also also diese Könige aus dem Osten sind Jesus Christus und seine Engel sie kommen auf weißen Rossen geritten Judas sagt um Gericht zu halten mit seinen zehntausend Heiligen er kommt mit seinen Engeln er ist die Armee Harmageddon ist ein Krieg der Gott selber führt für sein Volk und warum damit sie den harten Worten welche die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben vergolten wird und er ist angetan mit einem Kleide das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes und die Heere das ist eine Armee im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und waren angetan mit weißer und reiner Leinwand und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert dass er die Heiden damit schlage also die Armageddon ist der Krieg der stattfindet bei der Wiederkunft Christi und Jesus Christus selber und seine Armee die Engel sind die die Vergeltung bringen und er wird mit eisernem Stabe weiden und er tritt in Weinkälter des grimmigen Zornes des allmächtigen Gottes Armageddon also der findet statt dieser Krieg bei der Wiederkunft es kommt noch ein Krieg später danach im nächsten Vortrag und es entstanden Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben kommt wie der gleiche noch nie gewesen ist das muss was sein denn bei der Sintflut gab es wahrscheinlich ein Erdbeben wie es noch nie bis dann gegeben hatte seit es Menschen gab auf Erden ein solches Erdbeben so groß Offenbarung 16 Vers 18 und dann Offenbarung 16 19 21 was passiert dann die Städte fallen und die Städte der Heiden fielen und alle Inseln flohen ja wie das passieren soll vielleicht die Kontinente werden wieder zusammengeschoben stelle euch mal das vor dann ist jede Insel weg und es gibt ein Erdbeben wie es sich keiner vorstellen kann und das Argument ja wenn ich an dieser Seite auf der Erde bin wie auch verschwunden und ein großer zentnerschwerer Hagel kam vom Himmel das sind solche Klotzen auf die Menschen herab und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels weil seine Plage sehr groß war also kommt ein Erdbeben und dann kommt Hagel und in Hiob wird dieser Hagel beschrieben bist du auch bis zu den Vorratskammern das Schnees gekommen und hast du den Speicher des Hagels gesehen die ich aufbehalten habe für die Zeit der Not für den Tag des Krieges und des Streits man hat ja wäre wäre dass die Wind Geschwindigkeiten so dramatisch zugenommen haben dass Hagelsteine heute schon fallen die wesentlich größer sind als was die Wissenschaft vor einer Dekade geglaubt hätte möglich wäre es kommt ein Hagel wie die Welt die noch nie gesehen hat und dann sprachen zu den Bergen und den Felsen fallet auf uns und verbirgt uns denn dann wird die Erde vor dem Zorn des Lammes Vernichtet und diese religiösen Systeme das Tier und der falsche Prophet was passiert mit denen Katholizismus und gefallener Protestantismus ja sie wurden lebendig die beiden ins Feuersee geworfen der mit Schwefel brennt und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert das aus dem Munde dessen hervorgeht bleibt also nichts übrig die religiösen Systeme sind weg und die übrigen sind weg jetzt bleibt nur noch einer übrig der falsche Prophet ist weg das Tier ist weg wer bleibt noch der Drache nur Satan und seine Engel bleiben hier übrig und ich hörte vom Altair sagen ja Herr allmächtiger Gott wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte es wird sich ja zeigen im Gericht dass das richtig war und die übrigen der Toten aber lebten nicht bis die tausend Jahre vollendet waren dies ist die erste Auferstehung Offenbarung 20 Vers 5 also was passiert dann dann muss ja etwas stattfinden ich meine die Erde muss ja erneuert werden es müssen ja große Dinge passieren die Gottlosen sterben also bei der Wiederkunft und erst nach tausend Jahren werden sie aufgeweckt und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst gehen dem Herrn in der Luft entgegen und so sind sie mit Christus alle Zeit und was danach passiert im nächsten Vortrag 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 und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr und ich Johannes sah die heilige Stadt das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen siehe das zählt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein ihr Gott und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird wer sein denn das erst ist vergangen und der auf dem Thron saß sprach siehe ich mache alles neu und er sprach zu mir schreibe denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss guten Abend wir machen weiter es wäre ja traurig wenn alles nur da enden würde und es nicht eine Hoffnung gäbe aber die Bibel hat viel Hoffnung für uns das Millenium und die neue Heimat aber da muss noch vieles geschehen bis dann und noch eine kurze Weile plus tausend Jahre wird es wohl noch dauern in der Welt gibt es viele Lehren über Millenium zum Beispiel die eine Lehre die recht groß ist in der Welt ist Amillenionismus das heißt es gibt kein Millenium da ist keine tausendjährige Zeit wo Christus herrscht auf Erden und diese Sicht ist eigentlich eine Idee dass das Reich Christus jetzt schon hier ist und Christus regiert durch die Kirche ein Millenium kommt also nicht und das ist die offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche und einigen ganz konservativen protestantischen Gruppen die auch zu dieser Lehre halten es kommt kein Millenium aber die Bibel ist ganz eindeutig über das Millenium also das ist schon problematisch dann gibt es die Sicht des Postmillenianismus und hier wird auch gelehrt dass das Königreich eine jetzige Realität ist auf Erden denn Christus regiert in der Kirche alle Nationen werden sich zu Christus bekehren vor dem er wiederkommt und die Periode kurz vor seinem Kommen wird ganz friedlich sein Frieden 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 werden sie sagen und das Evangelium wird über alle Nationen verbreitet werden also diese Lehre gehört zu der Lutheranischen Augsburg Konfession die Lutheraner glauben das und auch die Westminster Konfession von den Puritanern die wird auch Postmillenianismus gelehrt und wir werden sehen dass das auch nicht die biblische Lehre ist und dass das Millennium eigentlich ganz anders aussieht und dann gibt es die Dispensationslehre vom Prämillenianismus da gibt es eine geheime Entrückung die haben wir ja schon besprochen ob es eine geheime Entrückung gibt oder nicht und wir haben gesehen das Unkraut und der Weizen wachsen zusammen bis zur Ernste es gibt nicht erst eine geheime Entrückung also dieses millennische Königreich findet seine Erfüllung in der jüdischen Nation und hat nichts mit uns zu tun sie gehen sogar so weit um zu sagen wir brauchen nicht das Vaterunser beten dein Reich komme denn das geht uns nichts an das hat mit den Juden was zu tun also das wird auch wird man sehen ist nicht eine biblische Lehre alle Warnungen über eine Zeit der Trübsal und so weiter hat nichts mit den Christen zu tun sondern mit der Zukunft irgendwann den Juden und dann werden sich alle bekehren und die Nationen und alle wie ein Märchen werden immer glücklich weiterleben dann gibt es einen historischen Prämillenianismus da sind die Erlösten aller Zeitalter auf Erden während des Millenniums und die Kirche ist das Israel von Gott und besteht aus dem Volk Gottes und diese millennische Zeit die da genannt wird sind die ersten 1000 Jahre dieses Königreichs und wir werden sehen dass das auch nicht eine biblische Lehre ist also es scheint als ob die großen Konfessionen der Welt nicht eine die biblische Lehre haben denn die biblische Lehre ist nicht kompliziert man kann sie sehr einfach herauslesen und das wollen wir versuchen zu machen heute das Ende der Welt die Welt ist ja Ende der Welt verrückt jedes Mal wenn ein Millennium vorbeigeht dann erwarten sie das Ende predigen das Ende und erwarten das Königreich hier auf Erden aber wir haben eben gesehen in dem Vortrag dass wenn Christus wiederkommt werden die Seinen weggenommen sie entgegen in der Luft und die gegen Christus die werden schlafen gelegt ja gerade vor dem Millennium gab es viele Prediger große Prediger in den Vereinigten Staaten die alle warnten dass es jetzt die Zeit ist und wir müssen uns fertig machen für dieses große Ereignis das Königreich Christi auf Erden Jesaja 14 13 und 14 und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg im äußersten Norden ich will über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen dem allerhöchsten gleich sein Satan wollte schon immer regieren als Gott er will ein Königreich und Gott wird eine kurze Zeit eine kurze Zeit ihm erlauben dass die babylonischen Mächte ihre Mächte den Königreichen zu Füge stellen und dass sie gegen Gottes Volk auftreten werden aber dann kommt die Wiederkunft in Jesaja 14 Vers 12 bis 14 steht geschrieben wie bist du vom Himmel herabgefallen du Morgenstern wie bist du zu Boden geschmettert der du die Völker niederstrecktest und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen ich will zum Himmel emporsteigen meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen mich niederlassen auf dem Götterberg im äußersten Norden ich will über die Wolken gehüllten Höhen emporsteigen dem allerhöchsten gleich sein jetzt eigentlich ist das eine Zusammenfassung und nicht genau wie es im Ursprünglichen steht es ist eine gute Übersetzung aber nicht Wort für Wort genau die King James hat immer Wort für Wort übersetzt und ich werde gleich zeigen wie es da steht im 2. Korinther 11 14 und das ist kein Wunder denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts Satan will also diese Welt regieren und er verstellt sich jetzt im Englischen wo es eine Wort für Wort Übersetzung gibt das ist genau wie der vorige aber wir werden sehen dass sechsmal das ich genannt will ich will ich will ich will ich will ich will mich selbst sechsmal die Zahl sechs er will gleich sein des allerhöchsten aber er kriegt nur eine sechs er kriegt keine sieben er ist nicht Gott ja das war der englische Text seid nüchtern und wartet euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht wen er verschlingen können erster Petrus darum seid fröhlich ihr im Himmel und die darin wohnen wehe der Erde und dem Meere denn der Teufel ist zu euch hinabgestiegen und hat einen großen Zorn da er weiß dass er nur wenig Zeit hat im Rahmen der Ewigkeit sind diese paar tausend Jahre hier unten auf Erden eine sehr geringe Zeit und er möchte nicht dass einer dass nicht einer gerettet wird er möchte er möchte dass nicht einer gerettet wird offenbarung 13 2 und der drache gab ihm seine kraft und seinen thron und große macht wir haben gesehen in den vorträgen wie das päpstliche tier diese macht hat die ganze menschheit in die irre zu führen der papst hat macht um zeiten zu verändern um gesetze abzuschaffen um alle dinge sogar die leeren christi zu beseitigen der kretal de translat episcop das ist eine frechheit und nur der hohe priester horus mit diesem zeichen da könnte sowas sich erlauben sonntag ist das malzeichen unserer autorität die kirche steht über die bibel und die verlegung des sabbats ist der beweis hiervon catholic record september 1 19 23 diese macht wird durch dieses tier durch diese politisch angeblich religiöse macht verbreitet und die ganze welt geht verwundert diesem system nach und dann sagt die bibel am ende der zeit werden die protestanten ihm ein bild machen sie werden ihn gleich werden sie werden kirche und staat vereinigen und sie werden gottes volk verfolgen so wie das erste tier es getan hat und sie werden ehre dem ersten tier geben und dadurch weil das erste tier katholizismus dann gehorcht wird quasi wird es auch angebetet und wir haben gesehen wie die beiden systeme sich ähnen wie sie ein bild des anderen sind es kommt eine heilige allianz und es bewirkt dass allen den kleinen und den großen den reichen und den armen den freien und den knechten ein malzeichen gegeben wird auf ihre rechte hand oder auf ihre stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der welcher das malzeichen hat den namen des tieres oder die zahl seines namens das haben wir auch durchstudiert und wir haben gesehen dass dieses zeichen katholizismus sagt der sonntag ist unser malzeichen gott sagt seine gebote sind sein malzeichen jesaja 20 ich gab ihnen aber meine sabbate welche ein zeichen sein sollen zwischen mir und ihnen damit man erkenne dass ich der herr bin der euch heiligt hört mir zu ihr die die gerechtigkeit kennt das folgt das mein gesetz im herzen trägt erschreckt nicht vor den schmähen der menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem lästern es ist ein kampf zwischen wahrheit und lüge jakobus sagt denn wer das ganze gesetz hält aber an einem gebote fehlt der ist am allen schuldig geworden und dann zählt er die gebote auf und der katholizismus hat die gebote geändert prediger sagt lasst uns nur die summe aller lehren hören fürchte gott haltet seine gebote denn das soll jeder mensch es hat sich nichts geändert nur das system lehnt sich gegen gott auf denn gott wird jedes werk ins gericht bringen samt allen verborgenen es sei gut oder böse apostel geschichte weil er einen tag festgesetzt hat an welchen er den erdkreis mit gerechtigkeit richten wird durch einen mann das ist jesus christus den er dazu bestimmt hat und den er für jedermann dadurch beglaubigte dass er ihn von den toten auferweckt hat also ein gericht kommt über diese angelengenheit dieser kampf zwischen gott und satan da sprach da sprach ich in meinem herzen gott wird den gerechten wie den gottlosen richten denn er hat für jedigliches vorhaben und für jedigliches werk eine zeit fest gesetzt kommt ein gericht das muss jeder verstehen und das gericht fängt bei gottes volk an das ist auch eine wichtige sache für uns wir können nicht sehen sagen wir springen frei wir haben gut zu achten 1. Petrus 4 17 denn es ist Zeit dass das gericht anfange am hause gottes wenn aber zuerst bei uns wie wir das ende derer sein die sich von dem evangelium gottes nicht überzeugen lassen also wir werden auch gerichtet und wie ist dieses gericht wenn wir gerichtet werden dann zeigt Gott uns in unserem Charakter zeigt er uns unseren Charakter und läutert uns damit wir verfeinert werden und Gott erlaubt dass wir in Umstände hineingeraten wo wir uns sehen wie wir wirklich sind damit wir nicht stolz werden damit unsere Herrlichkeit in den Staub hineingelegt wird und dazu gibt er diejenigen die wir lieb haben zum Beispiel als Männer unsere Frauen Ja wir sehen uns oft in ihrem Gesicht und dann staunen wie wir schlecht wir sind werden wir aber vom Herrn gerichtet so geschieht es zu unserer Züchtigung damit wir nicht samt der Welt verdammt werden wir können uns dagegen auflehnen oder wir können sagen Herr ändere mich ich will nicht sein wie ich bin mach mich ein bisschen angenehmer ein Korinthia und dann kam die letzte Botschaft an einer Welt die von einem Gericht nichts wissen will die dreifache Engels Botschaft und die haben wir besprochen ihr könnt euch entsinnen der erste Engel hat gewarnt das ewige Evangelium gehorsam und Christus als einzigsten Erlöser Stunde des Gerichts bete Gott an der zweite Engel Babylon ist gefallen sie akzeptieren es nicht Mahlzeichen des Tieres letzte Warnung ein Haus der Dämonen geworden kommt aus ihr raus mein Volk Offenbarung 18 Vers 1 bis 4 und dann soll das Ende kommen und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten diese drei unreinen Geister diese Dämonen die die ganze Welt verführen und in die Irre bringen damit sie sich auflehnen gegen Gott und gegen Gottes Volk sie nennen ja jetzt schon diejenigen die die Bibel glauben Christofaschisten hier hier die Standhaftigkeit der Heiligen welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren Offenbarung 14 Vers 12 und dann kommt das Dekret wer unrecht ist der bleibe unrecht wer gerecht ist der bleibt gerecht und dann kommt das letzte Geschehen wie wir in dem vorigen Vortrag gesehen haben Daniel 12 es kommt eine Zeit der Trübsal wie es noch nie gegeben hat und dann kommen Gottes Plagen nachdem sie Gesetze gemacht haben dass Gottes Volk nicht seine Gebote halten darf dann kommt Gottes Gericht als Pharao gesagt hat ihr dürftet nicht Schabbat kamen die Plagen wenn Babylon Endzeit sagt ihr dürft nicht Schabbat ihr dürft nicht Gottes Gebot halten dann kommen die Fragen Offenbarung 15 1 und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel groß und wunderbar sieben Engel welche die sieben letzten Plagen hatten denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet die erste Schale auf die Erde und die Erde wird zerstört mehr es wird zu Blut Wasser Quellen Flüsse werden zu Blut wie genau das passiert das weiß ich nicht das ist Gottes Sache es ist eine Plage wir haben Vorwehen es gibt heute Mikroben in unseren Wassern die das Wasser rot wie Blut machen sogar bei uns in unserem Land wo wir noch das sauberste Wasser in der Welt manchmal haben gibt es diese Mikroben es gibt auch Cyanobacter Bakterien dass wenn das Vieh nur das Wasser trinkt dann binnen 10 Minuten ist es tot die Nase wird blutrot und alle Blutgefäße im Leib platzen und das Tier ist tot es muss alles gefiltert werden und das Wasser wird von einer Alge blutrot ob es natürlich ist oder ob Gott das extra macht hier ist eine Tat Gottes und das wird eine Qual so wie in Ägypten die Sonne wird dann getroffen und die Menschen werden brennen von dieser Sonne ob da Strahlenmeer durchkommen ob Ozon vernichtet ist wie Gottes Macht das weiß ich nicht ich weiß nur dass Gottes Volk geschützt ist die Plage wird Gottes Volk nicht treffen dann Thron des Tieres bekommt eine Plage also da kann man direkt auf das Thron des Tieres schauen man kann nach Rom schauen der Euphrat das Volk das ihn unterstützte trocknet auf und dann die Luft dann kommt das Erdbeben und der Hagel und somit ist es vorbei vor der siebten Plage wenn die siebte Plage fällt wird Gottes Volk entrückt und der siebente goss eine Schale aus in die Luft da kam eine laute Stimme aus dem Tempel des Himmels vom Throne her die sprach es ist geschehen offenbarung 16 vers 17 im vorigen Vortrag haben wir gesehen dass die Welt vernichtet wird die Städte fallen und sie liegen und sie werden nicht begraben es wird dir kein Unglick zustößen und keine Plage zu deinem Zelten sich nahen Psalm 91 10 wir müssen das nicht vergessen Gott wird einen Unterschied machen und gehen mein Volk in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu verbirgt dich einen kleinen Augenblick bis der Zorn vorüber gegangen ist Gottes Volk ist also noch hier und nicht weg denn siehe der Herr wird von seinem Orte ausgehen die Bosheit der Erdbewohner an ihrem Heim zu suchen und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr erschlagenen nicht länger verbergen was passiert mit den Toten die in Christus waren sie erleben eine Auferstehung das Neue und das Alte Testament so schön zusammen wir haben auch in dem vorigen Vortrag studiert genau wann der Antichrist kommen sollte wie er kommen wird Paulus hat ja gesagt zuerst der Abfall kommt dann wird der Mensch der Sünde offenbart werden der Sohn des Verderbens und endgültig wird dieser vernichtet durch die Wiederkunft Christi Jesaja 35 4 sage zu dem verzagten Herzen seid tapfer und fürchtet euch nicht seht da ist euer Gott die Rache kommt die Vergeltung Gottes er selbst kommt und wird euch retten das sind Texte schreib sie in das Gehirn hinein Jesaja 35 Vers 4 denn ich der Herr dein Gott ergreife deine rechte Hand und sage dir fürchte dich nicht ich helfe dir Jesaja 41 13 alle diese Texte sind da für die Endzeit Christus kommt also wieder und diese Erde wird vernichtet Offenbarung 1 7 sie erkommt mit den Wolken und wir haben ja den hebräischen Parallelismus gesehen da er kommt mit den Engeln und jedes Auge wird sehen auch die welche ihn durchstochen haben interessant da ist also eine Sonderauferstehung für diejenigen die Jesus Christus gekreuzigt haben die sterben also nochmal eine Auferstehung und sie werden vernichtet und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde ja Amen Offenbarung 1 Vers 7 Jesus Christus kommt und jedes Auge wird ihn sehen wir haben gesehen im vorigen Vortrag wie der Blitz vom Osten bis zum Westen sichtbar ist Matthäus 24 27 kommt er und er kommt in seiner Herrlichkeit des Vaters Herrlichkeit und aller Engeln die mit ihm kommen Johannes 5 Vers 28 verwundert euch nicht darüber denn es kommt die Stunde in welche alle die in den Gräbern sind seine Stimme hören werden und es werden hervorgehen die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens und die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts und diese beiden sind tausend Jahre auseinander also es gibt eine Auferstehung des Lebens und es gibt eine Auferstehung der Verdammnis denn er selbst der Herr wird wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Besaune Gottes erscheint vom Himmel an niederfahren und die Toten in Christus werden Auferstehung zuerst das haben wir eben gesehen und sie in Erwartung der seligen Hoffnung und Erscheinung des Herrlichen des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus also diese erste Auferstehung und die Augen der Blinden werden aufgetan wenn man blind war sieht man Tauben werden hören Lahme hüpfen wie ein Hirsch wenn man nicht singen konnte kann man singen wenn man stumm war kann man reden denn es werden Wasser in der Wüste entspringen und Ströme in der Einöde Jesaja 35 5 und 6 Thessaloniker erzählt uns dass der Herr selber herabkommt denn er selbst der Herr wird wenn der Befehler geht herabkommen vom Himmel die Toten in Christus werden auferstehen zuerst dann dieser Posaunen Schall und der Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit im Korinther Brief steht das geschrieben so das haben wir in dem vorigen Vortrag studiert genau wie die Wiederkunft da aussieht danach die die leben die übrig bleiben die werden verwandelt werden in den Wolken begegnen mit dem Herrn in der Luft und werden wir beim Herrn sein alle Zeit so die Gerechten gehen zum Himmel und die Ungerechten haben wir gesehen was passiert mit denen die verbergen sich in den Felsen in den Klüften und sie verbergen sich vom Zorn des Lammes und sie schreien wer kann bestehen und offensichtlich können sie nicht stehen denn der Herr zerschmettert die Könige und er verschmettert das Haupt über ein großes Land und Jesus kommt mit einer Antwort die auch im Deutsch nicht direkt übersetzt ist aber im Sinne richtig übersetzt ist Mika Jesus antwortet mit ich will die Städte deines Landes ausrotten und alle deine Festungen schleifen ich will auch die Zauberdinge aus deiner Hand ausrotten und du sollst keine Wolkendeuter mehr haben auch deine Bilder und deine geschnitzten Bildsäulen will ich aus deiner Mitte vertilgen dass du das Werk deiner Hände nicht mehr anbeten sollst dazu will ich die Ascheren in deiner Mitte ausreißen und deine Götzen vernichten also will ich mit Zorn und Grimm Rache üben an die Nationen die nicht hören wollten Mika 5 Vers 1 bis 10 wenn wir das Ursprüngliche betrachten wo es Wort für Wort übersetzt ist dann sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 x die 8 ist die Zahl Christus in der Bibel die Zahl 8 ist ein Symbol Jesu er ist die 8 die 7 und die 8 die Auferstehung und Satan hatte die 6 also die Ungerechten sterben so sagt die Bibel und Satan er stirbt nicht nicht